Ja, auf dem Außengelände, welches ich ja eben erwähnt habe, gab es natürlich nicht nur ein Sale von Cosbase, da gab es natürlich noch viel mehr, unter anderem natürlich unsere Outdoor-Bühne. Und da konntet ihr Konzerte sehen von Sängern, Sängerinnen, aber auch natürlich von Bands und Gruppen. Und wir bitten gleich eine Gruppe hier auf die Bühne. Und da muss ich ganz kurz euch was fragen. Was haben Assassin's Creed und Helene Fischers atemlos gemeinsam? Nein, ich nehme das jetzt nicht. Nein, jetzt meint ihr, jetzt überlegen wir mal. Assassin's Creed atemlos. Nicht alle auf einmal, dann verstehe ich nichts. Also ich persönlich habe festgestellt, weil es fängt mit einem A an, alles auf groß geschrieben, sind schon mal zwei Dinge. Aber mehr kriegen wir irgendwie nicht ein. Aber die nächste Gruppe hat für euch da etwas ganz Besonderes zusammengebastelt. Deswegen bitten wir sie jetzt auf die Bühne. Die Fans und Experten von Unger Kino, Kana! Applaus Applaus Musik Applaus Musik 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 Die Brille, denn du bleibst nur die Angst So sind dein Herz, steck ja schnell, oh, zurück Ohoho, ohoho, alle noch die Abend schwingt Weil ich alles hab, gar nicht verliebt Ist das meister, der kann sich nicht so gut gehen Alte Jungs und Paris Ich hab gerne dich erzielt Kanterlos, ohne Scherz Geht mal ab, du bist so wert Hundertzeiten Gönigs, jedes Mal zu suchen So viel wurde hier hinein geprescht Der schwarze Land und nicht mehr gewartet Trotz am Ende, er war so geprescht Kanterlos Ohohoho Ohohoho Ohoho 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 Ohohoho Ohoho 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 Ohoho